Wir nehmen die Bohle Schluckgeier. Die sind schön grün. Das ist Pestaß. Man weiß nicht. Eigentlich ist Fleisch in der Droppe, oder? Wie ist Fleisch? 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 Wer wäre hier unten? Das ist hier quasi... ...must du den ganzen Abend? Wie so ein Parkhaus? Ja, ja. Alle Tiere, die so... ...könner, die... ...könner, die... ...könner, die alle zusammen. Das ist nur wieder ein Parkhaus. Die Röme ist auch so schnell. ...könner, die hier... ...wo das rechts weg wird... ...da kann. Schön! Nein! Nein! ... ... ... Ich habe hier, der steht ja hier oben. Die sind hier oben? Die waren ja hier oben, so wie ich hör. Und die waren ja hier oben, und hier in die Hälfte. Und dann haben wir die Hälfte und die haben nicht aber auch nach. Ja, wir haben doch da oben. Ja, wir sind hoch. Wir haben doch noch hier oben. Die haben ja auch noch hier oben. Ja, ja, ja. Und dann haben wir auch nicht hier oben. Nein.